Die Streitkräfte der Horde haben eine weitere Azerid-getriebene Kriegsmaschine konstruiert. Zerstört sie, bevor sie sie gegen Strongard einsetzen können. Die Streitkräfte der Horde ist nicht möglich. Die Streitkräfte der Horde ist nicht möglich. Die Streitkräfte der Horde ist nicht möglich. Das war's. Ich werde dich anziehen. Ich habe kein Ziel. Folgen des Verdammtes, ein passender Name, nicht wahr? Gut gemacht.